hallo und einen lieben gruß aus dem familienbüro gelsenkirchen mein name ist nina und mein team und ich von dem familienbüro haben uns gedacht dass wir euch kindern gerne mal per video einen ganz lieben gruß schicken möchten und zwar werdet ihr merken auch ich bin jetzt nicht im familienbüro denn nicht nur bei euch zu hause sondern auch bei uns steht alles kopf und alles geht ein bisschen anders wir dürfen ja im moment nicht aufhaben und dürfen euch nicht zum spielen und zu den kursen begrüßen und ja vielleicht habt ihr auch ein bisschen langeweile zu hause fragt euch was das alles ist wann ihr wieder zu uns kommen dürft und das wissen wir leider auch nicht aber was ich weiß ist dass ihr nicht alleine seid und zwar gibt es zwei von uns die auch tierisch langeweile haben gerade und sich fragen was das denn soll wo denn das kinderlachen im familienbüro ist und das sind nämlich max und mir ihr seht sie hier noch mal auch eingeblendet und die beiden fragen sich gerade auch was ist denn los warum kommt denn keiner mehr warum möchte mit uns jetzt keiner ostern feiern und da habe ich eine idee gehabt und zwar brauche ich da aber eure mithilfe und zwar habe ich mir überlegt würde ich max und mir gerne ein gefallen tun oder eine freude bereiten und da kam mir die idee dass wir vielleicht alle zusammen ihnen was schönes zukommen lassen also die würden sich bestimmt gerade tierisch freuen wenn ihr ihnen ein bild malt und es ihnen zuschickt oder wenn ihr vielleicht erzählt was ihr die ganze zeit jetzt so macht zu hause oder im garten gibt es etwas was ihr vielleicht auch neu gelernt hat wo kita und schule jetzt zu sind die freuen sich bestimmt über alles was sie von euch hören lesen und sehen und vielleicht könnt ihr zusammen mit mama und papa etwas zusammenstellen etwas malen oder schreiben und das entweder an die e mail adresse die hier eingeblendet ist schicken oder gerne auch die an die postadresse die auch gleich noch mal zu sehen ist da würden die sich bestimmt freuen und im gegenzug habe ich max und mir heute morgen durch meine kollegin fragen lassen ob sie sich denn vielleicht auch was schönes für euch überlegen würden und was das ist was die beiden sich dann für euch überlegt haben das erfahrt ihr dann in unserem nächsten video wir wünschen euch weiterhin alles gute bleibt gesund und bis bald in eurem familienbüro wieder